Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Der Wildschwein, bekannt als ein großes Säugetier aus der Familie der Schweine, ist in Europa und Asien weit verbreitet. Diese Tiere zeichnen sich durch ihre weiche, borstige Fell, das in Brauntonen gehalten ist, aus. Männliche Wildschweine, auch Keiler genannt, sind deutlich größer als die weiblichen Tiere, die als Bachen oder Sauen bekannt sind. Besonders auffällig sind ihre großen Eckzähne, die oberen werden als Hauer und die unteren als Gewehre bezeichnet. Wildschweine sind für ihre Fleisch und Borsten sehr geschätzt und gelten als Vorfahren der heutigen Hausschweine. Sie sind Beutetiere für Wölfe und gelten als jagdbare Tiere. Wildschweine erreichen eine Körperlänge von 150 bis 195 Zentimeter und ein Gewicht von 100 bis 230 kg, wobei männliche Tiere am oberen Ende dieser Skala liegen. Die Lebenserwartung dieser Tiere liegt bei etwa zehn Jahren. Sie zeichnen sich durch eine weiche, borstige Fell in Brauntonen aus. Ihre markanten Eckzähne, die sowohl als Verteidigungsmechanismus als auch als Werkzeuge beim Graben nach Nahrung dienen, sind ein weiteres charakteristisches Merkmal. Die Körpergröße und das Gewicht variieren stark zwischen den Geschlechtern, wobei die Männchen deutlich größer und schwerer als die Weibchen sind. Wildschweine sind Allesfresser, die sich von einer breiten Palette an Nahrungsmitteln ernähren, darunter Pflanzen, Insekten und kleine Wirbeltiere. Ihre Fähigkeit, den Boden auf der Suche nach Nahrung umzugraben, macht sie zu wichtigen Akteuren im Ökosystem, da sie die Erde auflockern und Insektenlarven und andere Schädlinge vertilgen. Sie können jedoch auch Schäden in landwirtschaftlichen Gebieten anrichten, indem sie Felder mit Kartoffeln, Rüben und Hülsenfröchten umgraben. Zu ihren natürlichen Feinden zählen insbesondere Wölfe, die auf diese Tiere als Nahrungsquelle angewiesen sind. Wildschweine sind in einer Vielzahl von Habitaten zu finden, von Wäldern und Feldern bis hin zu küstennahen Dünen. Ihre Verbreitung erstreckt sich über Eurasien, den nordöstlichen Teil Afrikas, Indien bis hin zum Sundarinselarchipel. Sie bevorzugen feuchte Laubwälder, Torfgebiete und Sumpfland, sind aber auch in der Nähe menschlicher Siedlungen, manchmal sogar in Städten, zu finden. Ihre Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umgebungen zeigt sich auch in ihrer Fähigkeit, in landwirtschaftlichen Gebieten und sogar in städtischen Randgebieten zu überleben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017